Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Hier ist ein unglaubliches Gerät, das deine Aderen finden kann. Also was hier im Prinzip passiert ist, man sieht die roten Blutkörperchen, die vom Infrarotlicht absorbiert werden. Schau mal, was mit diesen Rauchschweden passiert, wenn das Flugzeug vorbei fliegt. Es sieht fast so aus, als ob die Rauchschweden sich abschnüren würden. Wenn Elefanten miteinander herumknudeln und sich aneinander reiben, ist das eine Art Kommunikation, ähnlich wie bei den Bienen. Das ist das Ende dieses Videos, ich hoffe euch hat es wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann!